Ja, Karnevalsfreunde, Faschingsfreunde, Sportfreunde, wir haben hier noch einen Karnevalsfreund, er übernimmt bald hier den Ort, habe ich schon gehört, Alex Leim, Alex, hier am Mischpult, was geht ab heute? Es geht alles ab, Tonsi das feiert, drei, vier Tage lang, und wenn es drei Wochen gehen würde, wir würden drei Wochen feiern. Sensationell. Seit wie lange wohnen Sie in Tonsi das schon? Zu lang. Wie ist das so, im letzten Haus von Tonsi das zu wohnen? Super, man kriegt alles mit, der Verkehr läuft bei mir vorbei, und ich habe 20 Gehmeter zu Sportheim. Also es gibt keine Verkehrsbehinderung bei dir? Das ist mir zu intim. Und jetzt Fasching, Tonsi das, was habt ihr geplant? Fasching ist noch weit weg, geplant haben wir vieles. Du wolltest mir heute schon die Prinzessin vorstellen? Morgen. Morgen. Ich habe da schon was gehört. Wir haben alles vorbereitet. Es gibt viel zu sehen, es gibt viel zu tun, es gibt viel zu erleben, Tonsi das, Fasching, und auch außerhalb der Kampagne, garantiert. Also Tonsi das lebt. Aber hallo und weh und gut und laut und lang. Hast du noch Lust, irgendjemanden zu grüßen? Oh ja. Ich grüße alle Dusreizer, die Lust haben, auf dem Heimatfest alles Mögliche zu erleben, was Spaß macht. Ich grüße alle, die Dusreizer das noch nie gesehen haben, weil die haben definitiv was verpasst. Ja. Und ich grüße alle, die am nächsten Wochenende da sind, weil SWR 1 ist auch da und machen das Heimspiel bei uns. Wow, Riesenfest. Garantiert, auch mal wieder ein Riesenfest. Wie immer. Super. Und uns sehen wir vielleicht, oder uns können wir vielleicht wieder an Fasching, Straßenfasching, Waldfischbach. Wie sieht es aus? Aller spätestens. Bist du dabei? Aller, sowieso. Okay, sehen wir uns in Waldfischbach am Kreis. Garantiert. Yeah.